Hallo an alle YouTube-User da draußen. Ich bin Daniel Schumacher und ich bin dieses Jahr für einen ECHO nominiert und zwar in der Kategorie Bestes Video National. Das Voting hier befindet auf mein Video statt. Ihr müsst einfach auf das schöne Wörtchen abstimmen klicken, um zum Voting zu gelangen und ich würde mich über jede Stimme freuen.